Mein Name ist Yusuf Atta Mohamed. Mein früherer Name ist Stephen Arthur Younger. Ich habe drei Bomben in drei amerikanischen Städten deponiert. Alle drei sind identisch und alle drei sind Atombomben. Wann können wir diesen Mann endlich befragen? Wir haben einen neuen Spezialisten, der jetzt übernimmt. Von welchem Geheimdienst? Fragen Sie nicht. Er ist äußerst gefährlich. Mr. Younger, mein Name ist Ake. Das Einzige, was Ihr Plan nicht berücksichtigt, bin ich. Denn ich breche Sie. Die Bomben explodieren, wenn meine Forderungen nicht erfüllt werden. Ihre schlimmsten Albträume werden jetzt wahr. Ich halte es aus. Ich bin auf alles vorbereitet. Wer hat das alles geplant? Bis ins kleinste Detail? Wir spielen ihm die ganze Zeit in die Hände. Ich muss langsam ein oder zwei Gänge hochschalten. Was ich tun muss, ist unvorstellbar. Sie werden mich nicht mehr aufhalten. Ich darf jetzt alles machen. Vergessen Sie eins nie! Ich hab mich freiwillig gefangen nehmen lassen! Wollen Sie wissen, wo die Bomben sind? Ich hab mich entschieden, meinen Unterdrückern gegenüberzutreten! Wir haben keine Zeit! Nein! Tun Sie, was Sie für richtig halten. Ich kann nicht verlieren.